Hallo liebe Mitinsassen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Amnesia. Ich hatte eine kleine Aufnahmepause und ehrlich gesagt habe ich keinen blassen Schimmer mehr, was ich machen muss im Moment. Ich glaube, ich bin vor irgendetwas geflohen. Hier kann man nirgendwo Lichter anmachen. Das ist richtig schlecht. Ähm, ja. Ich weiß leider nicht mehr, was ich machen muss, ehrlich gesagt. Ich erinnere mich, dass wir in der Küche waren und dann irgendwo laufen hier Monster rum. Also nahezu überall laufen hier Monster rum. Zisterneneingang. In einem schlechten Zustand. Kriegen wir das damit auf? Es muss noch weiter beschädigt werden. Ja, womit denn, ihr Kobolde? Also, hier sind überall Monster, die uns bisher eigentlich noch nicht viel getan haben. Bisher wohlgemerkt. Und ich kann hier nirgendwo Laternen anzünden. Äh, ich höre ja wieder mal überall Ketten rasseln. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob das überhaupt irgendwas bedeutet, ehrlich gesagt. Also, ob das heißt, dass hier jetzt gerade einer rumrennt, oder? Ich will das hier gerne mal noch eben anmachen. Okay, war ich hier schon etwa drin? Ja, es sieht ganz so aus, als wäre ich hier schon mal drin gewesen. Hier ist auch nix, ne? Okay, ich muss mich erstmal wieder so ein bisschen orientieren. Leider Gottes. Ich mach das mal zu. Da war ich. Merke. Was haben wir hier? Hier war ich auch überall drin, oder? Ja, genau. An diese Leiche erinnere ich mich. Und an die Mäuschen dort. Dann war ich da drüben ja 100 pro auch drin, ne? Jo. Okay. Hier waren wir also schon. Blame. Da ist es noch dunkel. Ich weiß halt überhaupt nicht, ob das Vieh jetzt hier irgendwie rumrennt die ganze Zeit. Küche. Da waren wir ja schon mal. Also, ich hab das Gefühl, ich laufe hier nur im Kreis und bin total aufgeschmissen. Da war ich offensichtlich auch schon. Ja, mal hier lang. Hier war ich auch schon. Bin ich schon wieder im Kreis gelatscht. Okay. Äh, was nun? Hat jemand einen Vorschlag? Ich weiß nicht, was ich hier machen muss gerade. Das ist schlecht, würde ich behaupten. Ich hab aber doch auch nix dabei, oder? Blöde Nadel. Damit kann ich ja nix anfangen hier irgendwie. Manu. Das ging nicht auf. Das da ging auch nicht auf. Shit. Ja. Ich hab das Gefühl, ich muss irgendwie diese Säure aus der Küche besorgen. Für die Schlösser hier. Aber wie denn? Ich hab ja gar keinen Behälter oder so. Gehen wir vielleicht nochmal in die Küche. Ich weiß es sonst gerade auch nicht. Oh, Mann. I'm lost. Ne, da geht's auch nicht weiter. Na gut. What now? Hier war nicht die Küche. Wo war denn die Küche? Oh Gott, ich kann mir nicht mal das merken. Sieht gut aus, ne? Okay, ich geh nochmal zurück zur Küche. Bestimmt hab ich da einfach irgendwas übersehen. Ich muss diese Säure da vermutlich mitnehmen, die es in der Küche gab. Gott, hier sind ja noch tausend mehr Gänge gewesen. Oder kommt mir das gerade nur so vor? Lagerraum. Ei, ei, ei. Da kommen wir ja her. Daran erinnere ich mich auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Ah, hier sind auch noch Türen. Nö. Das Toil ist verschlossen und verschlossen. Im ausgezeichneten Zustand. Warum? War das die Küche da oben? Ja, ne? Jo. Ja, irgendwie ist das scheinbar der einzige Raum, in den wir jetzt auch reinkommen, ne? Okay, ich muss mich hier, glaube ich, mal genauer umgucken. Irgendwas hab ich hier übersehen, vermutlich. Aua. Na toll. Ich hab mich verbrannt. Ich habe ein Messer. Ich teile das Brot. Scheiße. Boah, hier liegt doch nur Rotz und Dreck und, äh. Da blubbert die Säure. Diese Kiste hier kann man nicht aufmachen. Gibt's hier irgendwas versteckt? Nein. Jetzt! Gibt's hier irgendwas? Die sind halt einfach nur Säcke. Was soll ich denn machen, Mann? Ob ich dann nochmal durch diesen Gang da zurück muss? Das kann natürlich auch sein. Okay, das bringt mir gar nix. Das tut mir auch nur weh. Hm. Okay, was haben wir denn hier so? Das Tor ist durch ein altes Schloss abgeriegelt. In der Küche steht ein Fasssäure, ja. Wir haben nur leider nix zum Reintun. Nö. Niente. Nada. Null. Kacke. Entweder aber sehe ich einfach total was. Weil ich halt einfach dumm bin. Naja, wir könnten halt nochmal durch diesen Gang da gehen. Ich weiß nur nicht, ob das überhaupt was bringt. Aber es ist jetzt das Einzige, was mir gerade noch einfällt. Da waren wir auch noch nicht, oder? Okay, jetzt bin ich aber... Mein Gott, Teppich. Jetzt bin ich aber gerade mal hier. Lass mich doch mal durch hier. Mein Gott. Mich verarschen. Okay. Weg mit den Kacksteinen. Oh, das ist aber dunkel. Hier war nämlich noch ein Weg. Toll, da ist auch nix. Mist. Jetzt ist es gerade mal ein bisschen dunkel. Ich möchte aber Laterne sparen. Deswegen ist das jetzt einfach mal so. So. Na gut. Hier nochmal reingucken. Hier war ich doch auch schon, Mann. Okay. Ich habe keinen blassen Schimmer. Oh Gott. Erschreckt mich nicht. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich habe das Gefühl, ich müsste mal in den Lagerraum gehen. So. Dass da vielleicht irgendwie ein Behälter ist. Ich bin bestimmt einfach irgendwo noch nicht abgebogen. Zellenbereich 2. Ja, aber Lagerraum. Küche. Lagerraum. Lagerraum. Ja, toll. Da war ich ja drin. Okay. Oder bin ich hier weggelaufen, weil hier ein Monster war? Aha. Look at this. So. Ich bin hier wahrscheinlich panisch weggerannt vorhin. Ach, und was haben wir dort? Ein Glas. Genau das, was wir quasi brauchen. Gut. Noch irgendwas Interessantes? Sieht nicht so aus. Nö. Nö, 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 nö. Nö. Okay. Jetzt sind wir vermutlich dann einfach nur hierher gekommen für das Glas. Was ist denn das? Das zermatschte Ratten auf einem Haufen. Okay, gut. Wir haben das Glas. Damit dann in die Küche zurück. Scheiße. Ach zu. Schauen, ob das hier reinkommt jetzt. Das wäre jetzt mal interessant zu erfahren. Ich habe es gar nicht gesehen, aber gehört sehr deutlich. Oh, diese Musik. Wenn die Musik nicht so mies wäre, ne? Ich glaube, wenn es hier reinkommt, sieht es mich doch, oder? Es ist wie zu hell hier drin. Naja, lässt sich jetzt nicht ändern. Musik wird wieder besser, glaube ich. Ja. Ich glaube, es ist vorbei. Ich bin so unsicher bei diesen Monstern. Ich weiß einfach nicht, was ich von denen halten soll. Die sind bisher nicht so schrecklich. Also, die Geräusche sind richtig fies auf jeden Fall. Das schon. Was ist das denn jetzt hier? War ich hier schon mal drin? Ja, bestimmt, oder? Ja, hier ist nix zu holen. Dann war ich hier 100% drin. So, überall dieses Geheule hier. Vermutlich von irgendwelchen Insassen, denke ich mal. Küche? Da. Gott sei Dank sind hier ein paar Schilder. Sonst wäre ich jetzt andauernd gelost, quasi. Aber jetzt ist das Ding offensichtlich auch wieder weg. Oh, das Drehtier ist eine Kreise. Und ich habe einfach nur auch furchtbar viel Glück, dass ich dem nicht andauernd begegne. Das kann natürlich auch sein, ne? Renn! Daniel, renn! So, und ich wette, wenn ich jetzt die Säure nehme, kommt wieder irgendwas. Da war es schon, oder? Lass mich mal hier in die Ecke. Kommt das hier rein? Das macht die Tür kaputt. Shit. Bin ich jetzt am Arsch? Ah, die Geräusche! Ich glaube, jetzt holt mich zum ersten Mal so ein Vieh weg, oder? Das hat ernsthaft die Tür eingeschlagen. Krass. Ich sehe es nicht hier um die Ecke schlurfen bisher. Ich meine, wir haben ja auch das beste Versteck hier hinter den Schweinen, ne? Hallo? Hm. Ich warte mal noch kurz, bis die Musik ein bisschen nachlässt, weil ich möchte auch nicht jetzt hier um die Ecke gehen und dem Vieh dann voll in die Arme rennen. Ist ja lustig, wenn ich jetzt hier so über die Mauer gucke und dann so, uhuhu, Batsch tut. Ist es weg? Okay. Jetzt haut das hier die Tür rein und dann macht es nix, oder was? Okay, es wird 100% wiederkommen, wenn wir die so... Was zum Henker? Ich wurde mit einem Schwein beschmissen. Was war das jetzt? Na gut. Okay. Es wird vermutlich jetzt wiederkommen, bestimmt. Oh nein. Schweine, rettet mich bitte, Schweine.